Und dass man die auch mal ne Wand hochlegen kann, das wär auch geil. Ja, 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 ja. Dass man die Wand hochlegen kann, dann fertig. Och, Spitz. Ich schmiss. Beim Abbau und Spitzang weg. Scheiße, doch. Ich hab' keinen Bock mehr. Ich hab' Schakau unterlegt, ich schlusser doch so. Johnny Box, ich schaff' den und so. Ich spiel' welchen Schäger ist. Hat der erst ein Jackass geguckt? Ja. Ja. Ich hab' den selbe Schäger mit den Karten. Was? Schäger! Schäger! Wieso, was war' mit den Karten? Ich hab' den Karten erst mit den... Da war's so'n Kartenpferd, aber er hat eben... Ich spiel' immer die Karten mit dem Achtel. Hm. Der Trilio-Vor und der ist halt richtig den Spiel. Hast du mitgefühlt, oder was? Ja, klar! Lass' das dann ausprobieren. Ja. Ist was geil wär? Halt'n. Halt'n. Glastrippen machen. Hmhm. Ist das clean-frisch-ehebungen drinne? Ja, ja. Wenn wir Glasblöcke machen, können wir uns da hoch'n Glasdach machen. Ja, sieht scheiß aus. Ja? Ja. Ja, das ist zwar. Der Start! So, ich geh' Kisten dabei noch im Lager rum. Ich hab' nie gedacht, dass man ein Aufnahmeprogramm findet, wo Minecraft nicht schafft. Mit meinem Rechner. Hm. Ja. Ja. Das finde ich ganz gut. Ich auch. Ja. 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 Das schuh des Money-Tun. Ja. Ja. Du meinst die, die die sind geboren. Die ist scheißwerbung, ja. Ja. Mh. Der Typ, das nahm ich jetzt nicht gerne, hat mich immer noch gesperrt. Liebe, nette Let's Player. Machen bitte auf... Ja. Auf dem AdStraps Channel? Ja. Ich hab mir entschuldigt und diese Sau... Nee. Nur Profil wollen sie machen. Die kriegen doch so kein Geld dafür. Der Typ, der kriegt ein paar... Ja, kann man die Werbung einfach so anschalten, wenn man drei Klicks hat? Ja, du kriegst aber nicht den Vertrag, wenn du bloß 100 Klicks so viele Videos hast. Ja, aber der Typ hat anscheinend Schiss, dass ich ihm seine Leute klaue oder so. Ja, aber das... Ich verleute bestimmt nicht. Wenn du kommst in meine Grundzone... Wenn du hundertmal... Jetzt hätte ich nur nicht zu... Und so ein... Aber der könnte ein paar tausend Euro im Monat kriegen, dann wär ihr mit der so was schon... Kacke, ey... Okay, da auch, ein paar tausend kriegt er bestimmt nicht, aber... Der muss lieber arbeiten. Dass halt mit der Außenseiter... Ja die ohne. Die kriegt ja auch mal Pourquoi? Jaa mit dem Flachkonfで. Ja, du hast ja keinen, können ja mal dein Zimmer zeigen. Toll, jetzt habe ich Falschön gemacht, du König. Hier sind doch die Cloud-DVD-Player von gestern drin. Nicht, dass du jetzt noch so lange im Fernsehen geguckt, oder? Ja klar, was denkst du denn? Hat irgendjemand das bei dir geguckt? Nein! Ich wollte das eh mal sehen, einmal! Einmal wird nie wieder. Morgen, na gut. Ich bin dein Dere Jockey. Ja klar, was denkst du denn? Nein! Du willst doch eigentlich mal bezahlt werden, oder? Natürlich! Du willst dann von den ganzen anderen bezahlt. Spam umsonst hier. Ey, guck, ich brauch Holz. Warte. Nein! Doch, brauche ich. Ich bin runtergefallen. Nein! Und wieder. Nein! Einer feiert den Ritter, obwohl er an ihm weiß, was los ist. Einer hat dir noch mal ein Feuerzeug. Das ist so ein Holzfitt. Du kannst du auch aus den hellen Holz, deine Kisten machen und die sehen noch genauso aus. Ja, ja, ich brauch bloß irgendwelche Holz. Du gehst halt in die Kiste, effekt. Död. Im Gemeinden aus. In die Kiste. Schön. Ja, in die Kiste. In die Kiste. Du gehst suchen. Wetten, ich finde aber von Anfang an welche Kiste das ist. Ja, siehst du ja gewusst, von Anfang an. Du hast die zweite genommen. Hab ich gar nicht, das war die erste. Ah, ja. Schon wirklich. Du, ich schwuppe. Warte mal. Soll ich das, ey, guck mal du Clay. Soll ich das eben bauen? Warte mal. Ja, links. Soll ich das eben bauen oder eine Stufe höher? Nein, cool. Die Kippe da. Also so, wie sie jetzt sind oder eine Erderinbarung? Also so wie sie jetzt sind, okay. Oh, das ist cool. Yeah. Oh, ich wollte jetzt ja ne Musik anmachen, weil dann klauen uns ja die Gamer die rechte. Ja. Ich kann Musik hin mit meinem Kopf heran. Ja, du. Ja, du. Ja, finde ich auch. So. Von meinen aus ist voll gestillt. Ich glaub die Gamer sperrt uns auch, weil wir die Texturen von Minecraft geklaut haben. Sie sind ja nur Musik beschäftigt. War ja Scherz. Ach. Und warum haben sie dann mein Video gesperrt? Musik. Da war keine Musik drin. Trotzdem. Vielleicht ja doch. Sie sind die Jungs von Cobra 12. Ach, das haben sie gesperrt. Das haben sie gesperrt. Weil du am Anfang mit dem Cobra 12 hast. Ich hab gedacht, die Gamer ist bloß für Musikzustände. Ach. Na klar was du nicht. Aber denkst du dir ja auch schon. Ach, jetzt hättest du schwul. Nee, René nicht du. René weiß ich, dass er nicht schwul ist. Das ist aber bei Lasse. Ey, lass uns mal gleich Aufnahme stopp machen. Erst mal was andere tun. Gibt mir das Feierabend. Nein! Ihr seid schwul. Es ist zu spät. Wenn du was das, was bist du? Ich habe dich fällt nicht, aber... ...wann.